Gewaltausbruch im Dschungel von Calais. Erneut gerieten Flüchtlinge im nordfranzösischen Camp aneinander. Mehr als 20 Menschen wurden hier verletzt. Notunterkünfte gingen in Flammen auf, auch Schüsse fielen. Einige der Beteiligten kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Randalierer voneinander zu trennen. Der genaue Grund für die Ausschreitung ist noch unklar. Augenzeugen berichten von ersten Rangeleien, als in einem Hilfszentrum Essen ausgeteilt wurde. Die Zustände in dem illegalen Flüchtlingslager sind katastrophal. 4000 Menschen warten dort auf die Ausreise nach Großbritannien.